Wir waren in Geroldstein in der Eifel unterwegs und sind dann auf diesen schönen Park, den sogenannten Köhlpark, direkt an der Köhl gestoßen. Hier gibt es einen Spielplatz, einen Wasserspielplatz, auch direkt einen kleinen Stadtpark und natürlich die Helenenquelle. Ihr habt hier vom Köhlpark einen hervorragenden Blick auf die sogenannten Dolomiten von Geroldstein, die sind hier direkt oben am Berg. Und ja zur Helenenquelle, das ist eine Mineralquelle, hier könnt ihr, hier kommt sie jetzt ins Bild, kostenfrei Wasserzapfen und es schmeckt auch ziemlich gut. Es hat viele Mineralien, also viel Magnesium, viel Kalzium und hat ein wenig Kohlensäure. Hier noch ein Blick auf die Dolomiten, dort gibt es auch eine Höhle, dazu habe ich aber ein extra Video gedreht. Mit Blick auf die Dolomiten, hier oben an die Fahne könnt ihr übrigens gehen, da ist auch eine kleine Blockhütte zur Rast, gehen wir jetzt noch einmal durch den schönen Park und damit lasse ich euch auch mit diesen Aufnahmen alleine. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke. Musik